Die Berechnung der Vergütung und Erstattung von Auswärtstätigkeiten kann sehr aufwendig sein. Mitarbeiter reichen ihre Arbeitsberichte oder Reisekostenformulare häufig auf Papier ein und diese müssen dann meist umständlich für die Lohnabrechnung aufbereitet werden. Wie lang war die Abwesenheit des Kollegen? Welche Orte hat er besucht? Welches Fahrzeug hat er benutzt? Ist er selber gefahren? Hat er sich selbst verpflegt? Und diese betrieblichen Regeln werden mit den steuerlichen Ansprüchen der Mitarbeiter verrechnet. Lassen Sie Wirtig das erledigen. Mit einem Klick berechnet Wirtig aus den Zeiterfassungsdaten der Mitarbeiter automatisch die vollständigen Buchungssätze für Ihre Lohnsoftware. Ganz gleich, wie kompliziert Ihre betrieblichen Regeln für die Vergütung und Erstattung von Auswärtstätigkeiten sind. Und die Mitarbeiter finden Ihre Reisekostenabrechnung in Ihrem persönlichen Wirtig-Konto. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.